So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Und was ist da denn schon wieder los? Was macht der Ramses schon wieder für einen Quatsch, für einen Mist? Das werden sich manche fragen und das ist doch schon wieder verboten, das ist doch illegal und... Ja, ich kann es nicht lassen, ich muss trotzdem ein Video drüber machen, weil ich finde es eigentlich richtig genial. Letztens hatte ich mal ein Video gemacht, dass ich einen Account verkauft habe. Und es gibt ja viele Leute, die stellen sich irgendwo hin, die nehmen irgendwelche Accounts, die bieten die überall an, die tun die bei Ebay Kleinanzeigen rein. Leute, die nicht mehr spielen, nicht mehr aktiv sind, versuchen ihre Accounts loszuwerden. Im Fanschat gab es auch schon einige Anfragen, wo Leute gesagt haben, wie man am besten einen Account verkauft oder los wird oder wie auch immer. Bei mir hatte das andere Gründe, bei mir war das ja so, dass mich jemand angeschrieben hat schon wieder und gefragt hat, ob ich noch einen Account hätte, den ich nicht brauche und er braucht unbedingt noch einen zweiten Account, er schafft die Raids nicht alleine und spielt kaum jemand bei ihm und er würde mir auch was dafür geben, er will das nicht einfach so. Habe ich gedacht, bei mir liegen eh die Accounts rum. Ich hatte damals ja zu meinen Hochzeiten sechs gelbe Accounts, sechs blaue Accounts und sechs rote Accounts. Mittlerweile spiele ich eigentlich nur noch mit dem gelben Habanero Lime, das ist der, mit dem ich immer die Videos mache und als zweiter Account den Samyang Bulldack, der blaue, weil der ist auch ein Level 50er, den ich damals auch übernommen habe von einem Kollegen. Und das sind meine zwei hauptsächlichen sinnvollen Accounts, mit denen man eigentlich alles macht. Also habe ich ja die Accounts nicht mehr gebraucht, die lagen eh nur rum. Ich habe jahrelang Münzen gesammelt aus den Arenen heraus und habe gedacht, okay, bevor du einen Account auf Level 40 einfach abgibst an irgendjemanden, so, voll au, nimm halt ein Fuffi dafür, für die jahrelange Arbeit und Jonas freut sich über Windeln und Zeug und alles und dann passt das ja vielleicht auch wieder. Jetzt waren da Münzen im Wert von, was weiß ich, 300 Euro drauf und der Kollege hatte mir gesagt, 50 Euro, das ist ein super Angebot, richtig krass, das macht er gerne und danke, danke, danke. Ich habe dann das Video gemacht, habe den Account kurz mal gezeigt, weil ich euch einfach zeigen wollte, dass halt Leute den Account für, was weiß ich, 300 Euro angeboten hätten bei Ebay Kleinanzeigen oder sonst was und ich damit jemand in der Not helfen wollte und er mich halt dann mir noch was dafür gegeben hat. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm verwerflich, aber die meisten meckern jetzt trotzdem wieder, egal, das ist auf jeden Fall verboten und Dreck und Mist und ich bin ein schlechter Mensch. Aufgrund dieses Videos, das soll ja kein Werbevideo sein, habe ich weitere Anfragen bekommen, hast du noch einen Account, ich würde auch einen nehmen, bitte, bitte, hin und her, keine Ahnung. Jetzt habe ich einen roten Account verkauft und hatte noch fünf rote Accounts übrig. Diese fünf roten Accounts habe ich mittlerweile auch für jeweils 50 Euro einfach an die Leute rausgegeben. Es war sogar eine Dame dabei, die hat dann gesagt, sie hat so viel Spaß mit dem Account, sie findet das so genial, dass sie mir nochmal eine Freude machen möchte. Ich soll bitte auf meine Amazon-Wunschliste für 50 Euro noch was draufpacken, sodass ich dann insgesamt 100 Euro für den Account bezahlt hätte. Ich habe da das WWE 2K24 draufgepackt. Sie hat das dann mir geschickt als Dankeschön, weil sie so zufrieden war damit und die sechs roten Accounts waren weg. Für mich kein Stress mehr, für mich abgeschlossen, keine Rates mehr, kein tägliches Fangen, kein Drehen, keine Arenen. Ich habe meine Ruhe, sechs Accounts sind fort, weil ich mich ja nur auf den Rest konzentrieren will. Jetzt letztens kamen aber wieder Leute auf und haben gesagt, hast du noch Accounts? Ich habe gesagt, die roten sind alle weg. Ich könnte höchstens bei den blauen weitermachen. Die sind zwar an sich ein bisschen besser, aber hey, die liegen ja auch nur rum. Jetzt habe ich einen blauen Account weg, einen anderen blauen Account weg. Jetzt kam jemand, der hat sogar schon mal einen genommen und hat gesagt, er will unbedingt noch mal einen. Ich wollte mich nicht trennen, aber ich habe es jetzt auch gemacht, weil ich will loslassen. Ich will loslassen, ich will weg davon, ich will das alles nicht mehr. Und naja, es kann ja nur einem zugutekommen, wenn man dafür auch noch was kriegt und so und alles. Ich habe schon wieder einen Account verkauft. Nicht für 50 Euro, sondern für 75 Euro. Und das möchte ich dir jetzt mal zeigen, weil es geht um einen Account, den ihr eigentlich kennt. Das ist der Ramses Raid Mania Account. Der hat damals Raids für Zuschauer gemacht. Ramses Raid Mania und Ramses Raid Party waren die zwei Accounts, die bei Raids für Zuschauer immer alles gemacht haben. Konnte ich dann nicht mehr nehmen. Habe dann immer neue gemacht. Habe die immer so da durchgeboxt bei iPogo, weil iPogo ja so unsicher war. Und es verbindet ein bisschen ein was damit. Die sind halt jetzt blau. Ihr seht, der ist hier auch Level 40, hat 33 Millionen von 6 Millionen. Ist da so drüber. Der hat 1000 Pokémon Platz. Das ist glaube ich, kein Roter hat es so viel. Der Blaue hat so viel. Der hat 1000 Pokémon Platz. Das ist einiges wert, wenn du das alles mit Münzen dir erkaufen willst. Das dauert schon ein bisschen, bis du das hast. Und er hat sogar 1500 Item Platz. Was hat er denn jetzt für Items hier noch so drauf? Ganz viele komische Beeren. Der hat sogar noch 40 Geschenke hier drin. Du hast hier Rauch, Sternstücke, Glückseier, Sonderbonbons, XL Sonderbonbons. Du hast ein paar Pässe sind noch unten. Moment hier. 10 Premium Pässe, 3 Fanrate Pässe. Kann man immer noch was mitmachen. Und im Shop, der hat auch immer noch 33.000 Coins, die man frei nutzen kann. Wo man Eier mitkaufen kann, Brutmaschinen mitkaufen kann, Raid Pässe mitkaufen kann. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Also ihr nicht. Ich meine, derjenige kann damit machen, was er möchte. Weil er mir 75 Euro jetzt dafür gegeben hat. Ich habe gesagt, weil es ja kein roter ist, ist er extra teuer, damit ihn keiner kauft. Ich habe dann gesagt, 75. Gleich zugeschlagen. Also ist jetzt nicht teuer. Also ich finde, er hat auf jeden Fall insgesamt mehr Wert als 75 Euro. Ich ja aber kein Geschäft machen wollen tun, den einfach loswerden will. 75 reicht mir. Derjenige freut sich über den Account und über die Coins. Ich bin jetzt einmal noch das letzte Mal drin, um hier kurz ein Video zu machen. Was kann man sonst noch so zeigen? Legendäre vielleicht. Gehen wir mal hier drauf auf Legendäre. Wir können uns mal kurz die Shinies angucken, die der so hat. Hier Glutex, Shigi, Pikachu. Ja, das ist so viel Kandor-Zeug. Wir haben hier aber einen Gengar drin mit einem Partyhut. Das ist cool. Das ist manchmal, könnte man sagen, selten. Wir haben hier Zapdos als Shiny drin. Wir haben Lavados als Shiny drin. Da sind Pokémon sogar noch von 2018. Das ist richtig fett. Das heißt, die würden wahrscheinlich garantiert sogar Lucky werden beim Tauschen. Hier, Dragoran ist mit drin. Mewtwo's sind da drin von 2019. Mewtwo's. Okay, dann haben wir hier weiter. Was haben wir hier? Babys haben wir da. Fluffelhoff. Togepi haben wir am Start. Dann haben wir hier auch Raikou als Shiny mit dabei. Klingt schon wieder, wie du wust, Arim. Raikou mit dabei. Lugia mit dabei, weil ich total bekloppt bin. Haben wir noch was? Dann haben wir noch Barnett. Riggi Stiel. Also gerade auch so ein paar Legendäre dabei. Vonera ist ja auch selten. Selve. Kannst du hier ja eigentlich gar nicht kriegen. Ist jetzt hier auch. Achso, ich sehe gerade mal. 6,5 Millionen Staub. Die Roden hat maximal 3 Millionen Staub. Der hat 6,5 Millionen Staub. Da kann derjenige also auch noch ein bisschen was pushen. Palkia ist drauf als Shiny. Heatran ist drauf als Shiny. Regigigas ist drauf als Shiny. Dagrai ist drauf als Shiny. Kobalium ist drauf als Shiny. Voldolos. Genesect. Kapu. Kime ist drauf. Axandor. Der ist sogar vom 6.5.23. War das der Raid Day? Gefangen im Raid? War wahrscheinlich kein Raid Day. Ist ja so lange geradet dann auf allen Accounts. Damals ein bisschen Shiny drauf war. Ich habe mir eigentlich immer mit den kleinen Accounts Shinies geradet. Und auf den Hauptaccount rüber getauscht. Das habe ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das ist jetzt frei. Das könnte sich derjenige selber rüber tauschen. Legendäre insgesamt. Da besteht ja 241. Da ist ein Krypto Arctos auch drauf. Dann habt ihr hier ein paar Zapdosen. Das Shiny habt ihr schon gesehen. Wir haben Lava Dosen. Wir haben Mewtwo's und Shiny Mewtwo's. Wir haben Krypto Mewtwo auch mit dabei. Raikou, Entei, Suikun. Lukia mit Shiny. Ho-Oh ist am Start. Wir haben Rigi Eis, Rigi Sti, Latias, Latios, Kyokre. 23, 41. Das sind 96er. Suhl, Thüringen. Fertig. Bam. Das ist sogar legit alles noch gewesen zu den Zeiten. Weil den Account ich damals auch nur von einem Kollegen bekommen habe. Der aufgehört hat. Ich habe den weitergespielt. Da sind also auch eigentlich noch richtig interessante Sachen drauf. Kyokre, Groudon, Raikwarza. Ja, richtig. Alte Schinken aus den 2018er Zeiten. Selve Tobuts. Dialga. Palkia. Hydra. Regigigas. Giratina hier. Zack. Cobalium. Terrakium. Auch schön anzusehen. Voltolos. Regiram. Zekrom. Sekrom. Kyurem. Demeteros. Xerneas. Evil Tal. Dann die Kapus sind ja aktuell hier drin. Hier sogar ein Sackjahn drauf. Wööö. Guckt euch den Sackjahn an. Jetzt will ich ganz kurz nochmal was. Funddatum. Das ist zuletzt Tagrei von diesem Jahr. Oder what? 19.02.24. Okay. Und jetzt, was sind denn die ältesten Pokémon? Zapdos. 8.8. 2017. Das Ding würde garantiert lucky werden beim Tauschen. Gehe ich mal von aus. Arctos. Lavados. Entei Suikun. Raikouho. Die Teile sind alle so alt. Von 2017. Ich glaube, das weiß derjenige gar nicht, dass da so fette Schinken drauf sind. Hier auch Groudon. Hier Kyokre. Schon 2018. Also, das ist auf jeden Fall genial. Ja, also der kennt den Account nicht wirklich. Der wird auf jeden Fall dann merken, dass der Account halt richtig fett ist. Was ich jetzt noch habe, wenn wir hier mal drauf gehen, die vier Sterne. Wir haben Bisasam hier drin. Mit Megaentwicklung kannst du machen. Rizaros. Rizaros. 200%ige, die du machen kannst. Wir haben hier Lavita drin in 100%. Wir haben Kindwurm drin in 100%. Rigi Rock in 100%. Cobalium in 100%. Aber das Highlight, was wir haben, ist dieses Mewtwo in 100% als Shiny. 22.09.2019. Wir können es mal bewerten. Das ist in Hildburghausen gefangen. Ich weiß noch genau, am Old City Tower. Das ist damals, da gab es ein Video sogar darüber. Der Haupt hatte kein Shiny. Der hier hatte Shiny. Ich habe es bewertet. Ich habe gesagt, oh mein Gott, 100% Shiny Mewtwo. Mewtwo, also 100% Shiny Mewtwo, verkauft für 75 Euro. Aber nicht nur das, sondern auch der Rest, die anderen Shinies, die anderen legendären Pokémon, die ganzen legendären von 2017, 2018, der Beutelplatz, die Coins, für 75 Euro. Jetzt mal die Hater weglassen. Die sagen, absolut scheiße, dass man Accounts verkauft. Die zeige ich an. Die Leute mit klarem Verstand. Ist das nicht ein fairer Preis? Ist das nicht absolut in Ordnung? Weil ich wollte den nicht verschenken. Ich will den aber auch nicht vergammeln lassen. Und ich finde, damit kann jemand noch etliches anfangen. Sind 75 Euro gut. Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Oder wenn das euer Account wäre. Für wie viel hättet ihr den bei Ebay Kleinanzeigen reingestellt? Schreibt es mal rein. Ich habe den einfach auf Anfrage jetzt. Komm, 75, dann ist er fort. Ciao. Oh.